Hallo, mein Name ist Annemarie Graf. Ich arbeite als Education Coordinator für die Firma Pommitsche und bin zum Salonster nominiert in der Kategorie Niekammer. Bei Pommitsche selbst bin ich jetzt seit fünf Jahren, seit vier Jahren als Trainer tätig und froh, ein Teil dieser großartigen Familie dieser Firma zu sein. Das erste Mal bin ich auf die Marke Pommitsche vor 15 Jahren im Salon meiner Eltern getroffen und ich bin damit aufgewachsen. Ich bin mit dem Trainerteam aufgewachsen, was mich schon immer inspiriert hat. Und dann durfte ich das erste Mal mit auf eine Messe als Modell. Und ich dachte, okay, ja, Modell. Dann habe ich einfach gesehen, wie grandios dieses Team zusammenarbeitet, wie lieb und herzlich alle miteinander umgehen und wie viel Kreativität dort durch diesen Raum geht. Und ich habe mir gesagt, ich werde Friseur, ich werde Pommitsche Friseur und ich werde irgendwann die Pommitsche grünen rocken. Here I am. Der emotionalste und schönste Moment, den ich mit Pommitsche bis jetzt hatte, war auch wieder auf einer Messe, diesmal in Erfurt, in meiner Heimat. Und was ich dort erleben durfte, war einfach grandios. Ich hatte meine beiden Mentoren, Karina Mien und Anja Graf-Haschinski, meine Stiefmutter, mit auf der Bühne und hatte die Ehre, mit den Menschen, die mir alles beigebracht haben, arbeiten zu dürfen und mit ihnen auf einer Bühne zu stehen. Das war einfach ein Moment, den werde ich in meinem ganzen Leben nicht wieder vergessen. Mein größter Pommitsche Traum, den ich auf jeden Fall noch erreichen möchte, ist es, mit Angus Mitchell zusammen in Las Vegas zum Gathering auf der Bühne zu stehen und alle Friseure zu machen. Jetzt ist es eure Stimme, die zählt. Votet, votet, votet für Pommitsche auf www.salomstar.de und vergesst nicht die Kategorie Newcomer, in der ich nominiert bin. Danke euch!